So, hallo, willkommen zurück zu Monster Hunter 3 Ultimate. Oh mein Gott, ich hab den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin so stolz auf mich. Somewhere deep down. Tschüss, Blüte. Tschüss, Blüte. Ach ja, mir ist vorhin aufgefallen, dass das Spiel zu laut ist. Deswegen stelle ich es gerade hier noch mal live ein bisschen leiser. Tschüss, Blüte. So. Wir töten den Karmesinkurupeco, der mit den Wollsteinen angreift. Ich bin übrigens schon wieder in der Base gespawnt. Der hat hier voll Feuersteine, ne, die, äh, mit denen er da hin und her geklappert und dann in eine Fresse gegibt. Ja. Ja. Hier sind übrigens so ein paar neue Monster auf Ebene 1. Okay. Ach, die ist süß. Ja, erweiterte Rüstkugel. Ja, wir haben ja schon mal getötet. Was? Erweiterte Rüstkugel hast du abgebaut, oder was? Oh, Butter zieht Erd und Lichtkristall. Ja, klar, Mann, was los? Was, Butter zieht Erd? Ich glaub, das gibt man am Ende der Quest ab. Und erweiterte Rüstkugel. Ich sehe den Karmesinkurupeco, der ist hier bei 7. Und ich komme hier im Wasser ab. Ich schwimme eine Runde. Boah, das ist so geil, wo ich gerade gespawnt bin hier. Na, Mr. Vogel. Alles klar. Wo ist denn der Vogel? Wer ist wenn ich fahre? Ich bin rot. Der ist voll bunt, voll der Papagei. Ach ja, der ruft dir immer ein Gegner. Oh, da war ja was. Oh, 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 oh. Alter, was der wahrscheinlich alles rufen wird, ne? Der Alte war ja schon ätzend und hat uns, äh, den damals heftigsten Gegner so draufgehört. Also der Blitz macht, äh, ganz gut Schaden. Ich wollte jetzt einmal getroffen. Könnt ihr ja selber mal denken, wie viel Schaden das jetzt war. Oh. 25 Prozent. Stiemlich genau, glaub ich. Ja. Da reicht ein kleiner Trank, um das auszugleichen. Ah, Noel, ich bin hinter dir. Ah, geil. Ich renne hier gerade rum und... Oh, da ist ein Erz. Kommt ihr mal bitte. Ja, klar. Ich hab keinen Farbball für das Viech, ne? Ja. Das ist geil. Warte. Ja. Ich krieg ihn gerade Kamerunerz. Oh, guck, geh ich eben auch minen. Ich kämpfe doch nicht gegen das Viech, wenn ihr nur alle Erzten geht. Ja, wir helfen nicht hier in Erzsee beim zu dir hinlaufen. Was geht ab? Im Flutwald siehst du ein Erz? Oh nein. Was geht ab? Das ist selten, ne? Wir Erzten die ganze Nacht. Die ganze... Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie das Lied weitergeht. Hallo. Die ganze Nacht, fertig. Wat? Da kommt schon wieder Nacht? Mann, der ist ja einfallsreich. Hä? Ja, wie deine Sechse. Jetzt ist der... Jetzt ist der Zombie bei dir? Wo war der denn? Bei sieben war der immer noch. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hab keine Map. Ich hab keine Ahnung, du hast keine Karte, du baust nur Erze ab. So wie ich. Ich glaub, ich nehm gleich die Abonnenten mit. Genau. Zombie, kannst du mich zu der Karte führen? Einmal nach Süden gehen und dann einmal nach links. Ja. Okay. Echt, Peter? Als wenn man hier mit einem Abonnenten spielen würde. Ist doch lächerlich. Wer? Wann kommt er eigentlich? Und? Hä? Der Abonnent. Sofort. Mann, Mann, die legen Manu jetzt auf. Wir kicken ihn aus seinem TS raus. Was? Die hab ich vorhin erwähnt. Hat er gar nicht. Lügt sie doch. Du kennst übrigens gerade falsch, Peter. Du musst nach links. Nach links. Achso. Nach links auf der Map. Ja, Entschuldigung. War abgelenkt. Wir waren ernst. Achso. Oh. Ich bin voll. Willkommen zu Farm Simulator 2013. Ach Mist. Ich hab voll egal in Sachen. Ich komm auch zu dir. Ich helf dir mal. Beim Erzen. Nach links sagst du? Ja. Nein, du doch nicht. Doch, ich sag's aber auch. Wenn sich jemand beschweren will, ich kämpfe nicht alleine mit dem langsamen Hammer gegen den Kuropeko. Ich weiß, dass es gut geht, wenn man's kann, aber ich kann's nicht. Wo soll ich hin, Zombie? Auf sieben. Auf sieben. Auf sieben war er. Hä? Links aus der Map raus, Debitor. Nicht südlich. Nein, das ist südlich. Ich such da die Karte. Ja, links. Das rennt ja weiter nach rechts. Du wirst nicht wo wissen ist, Mann. Hier schwimmt der doch nicht im Map. Okay, geh hierher. Ey. Das war natürlich ein geiler Partner. Peter der Aselack. Ah, hier komm da. Hier komm da. Er kommt. Komm. Kommt auch bitte. Ja, ich komme. Ich hoffe. Hier sind Erze unter Wasser. Oh, der sieht ja voll schön aus. Der ist voll bunt, voll der Papagei. Ja, links aus der Map raus, hab ich das gemacht? Oder war das Süden? Das war Süden. Was ist denn los? Guck dir mal den Homo an, ey. Oh, ich glaub deine Schärfe oder so reicht nicht aus. Kann das? Äh. Eventuell. Was sagt das so aus? Und meine Waffenstecke ist gesunken, nice. Was? Nach links aus der Map raus? Also hier. Alter Westen. Nein, links. Geh doch weiter nach links. Ja. Ah. Alter Süden. What the fuck man. What the fuck. Südwesten, Junge. Da war auch Westen drin. Ja, roll doch, meine Güte. Ja, ja. Oh, ich kann was abgeben. Aua. Der macht aber Schaden. Aua. Endlich seh ich mal die Map. Äh, ein Großfrogi ist hier. Ne, ne. Doch. Okay, den können wir töten, das ist ja... Der hat sogar eine Schwäche gegenüber Eis, lustigerweise. Ich hab Wasser. Ich hab Eis. Schlag den kaputt, Junge. Ich markier ihn mal. Den Großfrogi oder den Vogel? Ja, bei... Ist doch schon, was los? Den Großfrogi brauchst du doch... Na gut. Ach. Die rennen auch immer schnell weg. Äh, einer der Wollsteine ist übrigens gerade abgefallen. Ja, hab ich gemerkt. Macht der Strom, Junge? So? Alter, so. Und ich mach mal irgendwas ganz effektives, Leute. Da bin ich. Komm mal her, was los? Das schläge ihr, du Sack. Ja. Hat mich getroffen. Voll effektiv. Alter, ich will hier weg. Wer machen wir zuerst Platz? Erstmal den... Großfrogi. Alter! Erstmal vergiftet der uns. Hab ich ja noch nie gefehlt. Und zweitens ist der superschnell tot. Es ist der Großfrogi Plus, ja? Na gut, muss kein Unterschied sein. Eben. Aua! Ne, hab mich gar nicht getroffen. Hahaha. Ist immer gut, Aua zu schreiben, wenn gar nichts ist. Oh. Äh, Peter? Achso, du hast Blatt gewechselt, oder? Dann gehe ich, Erbsen. Toll, jetzt bin ich allein hier, oder was? Nein, ich bin noch dabei. Ich trinke nur einen Trank kurz. Ich denke, hab ich Map geswitcht, dass ich so ein bisschen Ruhe habe. Okay, der Großfrogi ist jetzt gleich tot, Mann. Das sagst du ja die ganze Zeit. Genau, nach wievier Sekunden soll der denn bitte sterben? Nach fünf. So wie im Singleplayer. Boah, hab ich jetzt Damage gemacht? Jetzt kriege ich wieder hier, hallo. Dann stirbt er nach fünf Minuten höchstens. Alter! Noch mit zu schlagen! Warum lasst er die nicht mal aus der Ecke da raus? Keine Ahnung was. Weil die was geil ist, ich fand die voll geil, Mann. Sie sind voll gut zu treffen in der Ecke, ja, eigentlich schon. Ja, wenn beide zusammen da sind, okay. Der hat uns gerade im Übrigen bespuckt, ne, wollte ich nur mal so... Äh, mich hat er nicht getroffen oder so. Ne, mich auch nicht. Ich wollte es nur mal sagen, dass der da einen spuckt hat. Finde ich ziemlich respektlos. Echt, ey. Oh, wir haben seinen Schlamm-Giftbeutel kaputt gemacht. Ja, geil! Alles was! Jetzt gehen seine Giftbeutel nicht mehr so gut. Jetzt kann er nicht mehr so gut vergiften, haben wir immer noch. Oh, Mist! Wie für ein Trainer? Oh, cool. Oh, cool, ich bin tot. Was kann ich denn wegschmeißen? Hallo? Ich kann jetzt nochmal... Wow, nein! Tschüss, Manu. Ich bin vergiftet. Vor allem, alle gehen weg. Guck mal, wie denn das ist das denn jetzt? Wer lassen sie beide den Screen? Okay, wer ist und in welche Richtung? Da wo ich grad hinguckt, da ist der... Ne, hä? Hä? Wo guckst du denn hin? Einer ist auf 10 und einer ist auf 7. 10 ist der Großfrogi. Okay, dann töte ich den auf 10. Ne, gar nicht wahr. Auf 9, auf 9, auf 7, auf 7. Warum hab ich denn kein Gegengift mit? Ich hab mich vertan mit den Maps. Ich geh auf 7, ich töte jetzt den Großfrogi. Ist er da? Ich komm mal auf 7. Ja, ja. Okay, dann komm ich. Ich hab mich grad nur vertan mit der Map. Dann lassen wir den Kuropeko ein bisschen chillen. Mit den Zahlen hast du dich vertan, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ist echt krass eigentlich. Wo ist dein Bombo geblieben? Voll komplex. Mal, hör auf mich zu schlagen. Ja, laden wir Eiterboile ein. Der hilft uns bestimmt ganz gut. Boah, das stell ich mir ja krass vor. Mit Eiterboile das Spiel hier. Boah, ne, ey. Ich erinnere euch nur an Path of Exile. Meinen wir das, ja. Seitdem will da noch keiner mehr gucken, glaub ich, ne? Ne, das war doch nicht im Stream. Weil die denken dann immer an Kopfschmerzen, wenn sie das sehen. Boah, wenn ich das Spiel gucke, krieg ich immer Kopfschmerzen. Komm mal ein Aufladeschlag. Hört man aber auch nichts mehr von? Ne. Ja, einmal kurz gehypt und fertig. Ich bin einmal durchgezockt von allen und es gut ist. Ich hab's ja nicht durchgezockt. Ich glaub, er wollte gerade humpeln, aber Peter meinte, nö. Boah, ich wollte einfach wegschlagen. Woller den fangen? Nein. Könnte man eigentlich auch tun, ne? Ja, dann schweig mir in den Herbst. Haben wir zwei Schockfallen dabei? Ich hab ne Schockfall. Ja, ich hab auch ne Schockfall. Ich hab keine dabei. Also wenn ihr den Schock, dann fang ich ihn gerne. Ich hab die Beruhigungsbomben. Okay. Okay, dann mach ich jetzt. Soll ich direkt, oder? Ja, mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Ich hab keinen Platz. Stell ich mal los, weißt du? Ja, jetzt ist es zu spät, Peter. Ich hab schon. Ne, ist alles gut. Mach mal. Okay, ist. Ja, hassen. Ich schaffe mal eine zu mir hier. Sehr gut. Wunder mit. So, und der andere ist auf eins. Ups. Dann gehen wir über acht. Sehr gut. Ein bisschen weit gelaufen. Hallo. Ja. Wieso? Über acht? Hä, wo? Warte mal schalten. Nein, jetzt bin ich auch noch... Oh, ich dachte ich wär ein anderer. Über sieben. Ich will über acht. Ich will über acht. Über sieben bin ich ihm viel zu nah, wenn ich die Map betrete. Ich bin viel zu gefährlich. Genau. Da ist er. Darum geht's dir. Der sieht mich. Der macht einen Paarungstanz. Ich will aber nicht. Kann Gott zu ficken. Der hat gar nicht auf uns reagiert bisher. Okay. Hä? Ich leg dich drauf. Ich hab dich drüber geworfen. Entschuldigung. Geradeaus sah. Oh mein Gott, patrolische Musik. Mach mal ab, du. Du Vogel, du. Sind denn jetzt beide Dinger weg von dem? Hä? Ne, einer ist ab. Blitz. Ach, der macht damit sogar Blitze, ne? Ja, ja. Deswegen verliert er wohl Wollsteine. Ja. Macht Sinn, ne? Zum Glück hat er keine Ampere-Steine, Junge. Wie gefährlich, ja. Ja, und ich kann die noch nicht mal abschlagen, seh ich grad. Die sind zu stark. Hat er schon. Danke. Tschüss, Peter. Oh, warum bin ich denn wieder? Ja. Oh, er liegt, er liegt. Ich komm rein. Ich will den Schnabel abhaben. Mach lieber die Wollsteine ab. Die sind schon ab. Ach so, jetzt auf einmal. Was ist los? Jetzt hab ich den zweiten noch abgehauen. Was ist los? Hey! Mama! Mama! Nein! Lack dir mal zu mir! Lack dir mal zu mir! Lack dir mal zu mir! Yeah! Wollsteine ist ab! Oh, cool! Dann war doch wohl noch einer dran! Was soll der Wollsteine? Ja, sieh sie! Hier lock dir mal zu mir trotzdem! Ich steh beide falsch! Okay, warte, ich komm zu dir! Ach du willst den von alleine verpassen, Junge! Ich will den hammern! Aua! Hier in die Falle, los! Ja, guck doch, ich, ich sterbe! Mama! Ach du hast eine Falle, sag das doch! Alter! Ja, wieso stellt er sich immer hin, wenn wir eine Falle hinlegen? Oh, ist reingefallen. Okay. Sehr gut! Kann ich sogar noch schleifen. Peter haut gar nicht. Ich lade auf, du Ochse! Genau! Du? Du weißt schon, dass ich vier Stufen hab? Nee. Oder drei? Oder zehn? Das sag ich dir gleich mal. Wie lange der da drin bleibt, ne? Mal, auf mich zu schlagen! Das ist welcher gar nicht kau! Ja, was ist los mit dem? Der wohnt ja hier drin. Oh! Der ist doch rausgeflogen bei mir, aber voll verpackt! Okay, ich glaube, der humpelt jetzt gleich. Ah, du immer mit deinem humpelt jetzt gleich? Ja, Alter, hast du nicht gesehen, was war mit dem gemacht? Ja, ich sag immer, wir sterben und Manus sagt immer, der humpelt gleich. Haha, genau. Hey, ich sag immer, der stirbt jetzt gleich. Humpeln sag ich nicht so auf. Das ist kaputt! Sehr gut! Oh, brech dem alles, ey! Ja, tschüss! Boah! Danke! Home Run! Okay. Wie der mich mal wegkickt! Joa! Aber jetzt frage ich mich, was ruft der denn jetzt so starkes? Den Großvorgi hat er gerufen. Ja, aber das war ja, das war ja kein starker Gegner. Der muss ja nicht starke Gegner rufen. Er ruft einfach generell irgendwas. Äh, das hat er vorher aber gemacht. Also, es gab da schwächere Gegner und einmal dann viel, viel stärkere. Ja, aber schwächere Gegner, aber nicht kein, äh, Monster generell, keine großen. Doch! Wieso lachen? Ja, du bist gerade eine Träne verloren beim Wegrennen. Oh toll, die kann man ja nicht looten. Oh, nein! Ja, stimmt. Scheiße! Oh. Warum nicht zerhauen? Da ist irgendwie so ein grünes Ding im Weg. Oh, Hilfe! Da ist so ein grünes... Wie rennt da so ein grüner Saurier? Ich komme nicht an... Jetzt heilt er sich da in dem Screen, wo man ihn nicht angreifen kann. Ach, der lebt noch, der grünes Saurier. Und ich habe ihn K.O. geschlagen. Toll, in einer Ecke. Komm ich da dran, warte. Versuch, komm ran. Nein! Meine Waffe ist nur rot, aber hey, ich schlag trotzdem weiter drauf. So, ich wechsle mal Screen und schärf. Lass den Arm doch mal in Ruhe. Der fällt die ganze Zeit hin. Da war da, wo man nix machen kann, ey. Ich habe keine Schleifsteine mehr dabei. Oh. Geil. Oh, er humpelt, er humpelt, ihr könnt... Mach die Falle. Falle? Okay. Ja, aber er humpelt weg. Ja, er humpelt weg, also wechselt er gleich Screen. Oh, schade, wir wollen nochmal hauen. Wir hatten ne Falle? Ja, sehr schlau. Peter hat die Falle, ne? Ja. Wehe, du legst sie jetzt falsch. Ich schätze neun oder zehn. Der wird jetzt zu seinem Nest gehen. Zehn. Ein weiter Weg. Die einzigen Nest-Maps hier sind acht, zehn und zwei eigentlich. Warum geht außer oder nicht, Rona, wenn ich will? Wollte ich gerade auch fragen. Wollen wir von ihnen wem verzaubert? Scheinbar. Wir haben irgendeinen Buff. Doch, von wem? Von ihnen. Von ihnen. Durch die Blitze. Minzi? Genau. Durch die Blitze bestimmt. Minzi rede mit uns. Ja, und durch die Blitze. Ja, und durch die Blitze. Da ist er. Wie jetzt der Farbball vorbei ist, genau. Okay, leg hin. Der kurz. Leg hin. Und Farbbar. Ja, genau, kurz bevor wir ihn fangen nochmal im Farbball oder was. Ist klar. Der kann jederzeit fliehen. Was ist los? Da ist er. Ich seh ihn schon wegrennen. Ja. Und ich habe markiert. Beste Pro. Monster Hunter Pro. Wir sehen uns beim nächsten Part. Wiederschaut in die Playlist. Bis dann, ihr kleinen Wichser. Nein, okay. Nein, war natürlich nicht so gemeint. Ich rede da mal, wie er denkt. Sauber. Ja, echt, ey. Es sind hier die Pros. Wir dürfen alle beleidigen, okay? So, aber jetzt wirklich tschüss. Ich habe ein Schwein K.O. geschlagen.